Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem ORF Wahl 17. Heute heißt die Konfrontation Rot gegen Grün. Ich begrüße die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek und den Bundeskanzler und Spitzenkandidaten der SPÖ, Christian Kern. Zu Gast im Studio sind heute wieder Erstwähler und Wählerinnen aus Gymnasium in Wien, Bernoulli-Gymnasium, GRG 8, BRG 14. Auch Ihnen gemeinsam mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern herzlich willkommen. Die Regeln, die Sitzordnung ist zuvor gelost worden und die Redezeit wird mitgestoppt. Als Sie 19 Jahre alt waren, Herr Kern, haben Sie die alternative Liste Simmering, den Vorläufer der Grünen, mitbegründet und sind dann aber zur SPÖ gegangen. Die Begründung in Ihrer Biografie wörtlich, die Grünen waren mir doch zu abgehoben von den wirklichen Problemen der Menschen. Frau Lunacek, wie abgehoben und weltfremd sind die Grünen tatsächlich? Das sind wir ganz sicher nicht. Also zuerst auch einmal noch einen schönen guten Abend, auch an die Zuseherinnen und Zuseher hier und auch vor den Bildschirmen. Aber nein, unsere Politik hat damit sicher nichts zu tun, denn die Themen, die wir ansprechen, das sind die Zukunftsthemen. Und ich denke, die heute oder hoffe auch die auch jetzt hier anwesenden 16, 17, 18, 19-Jährigen, da geht es um die Zukunft. Und die Themen, die wir ansprechen, die ich leider in diesem Wahlkampf auch von den anderen Parteien oft vermisse, nämlich die Frage Umweltthemen, die Frage Kampf gegen den Klimawandel, aber auch das Thema der Bildung. Das sind Dinge, die für uns ganz zentral sind, das sind die Zukunftsthemen und die sind alles andere abgehoben. Die sind ganz real für die jetzige jungen Generationen. Die Grünen sagen über die SPÖ, Herr Kern, dass sie in weiten Teilen nicht mehr links sind. Früher hat sie eben der Kampf gegen die FPÖ vereint. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass das nicht mehr so ist? Also lassen Sie mich voranstellen, den Befund, den Sie hier zitiert haben, der ist 30 Jahre alt. Also das möchte ich hinzufügen, das hat sich jetzt nicht auf Ihre Ära bei den Grünen bezogen. Aber das hat damals wirklich gute Motive gehabt. Ich war da in der Tat als junger Mann dabei. Und mir war dann aber wichtig, neben den vielen Anliegen, die es bei den Grünen gegeben hat, sehr stark auch diese sozialpolitische Komponente zu verfolgen. Und was das Links-Rechts-Schema betrifft, bin ich der Auffassung, dass diese Einordnungen heute eigentlich nicht mehr zutreffen. Weil wenn Sie sich die einzelnen Themen ansehen, wir sind sicherlich bei der Sozialpolitik wahrscheinlich das, was man Mitte links nennt. Wir sind bei der Migrationspolitik, denke ich, mit einem sehr verantwortungsvollen und vernünftigen Kurs unterwegs. Und ich denke, diese alten Muster haben sich aufgelöst. Was uns aber verbindet, ist das Ziel, dass alle Menschen in unserem Land dieselben Chancen haben, und zwar egal, in welchem Viertel sie aufgewachsen sind oder welchen Vornamen sie tragen. Das ist ein sozialdemokratisches Grundprinzip. Immer gewesen, wird es auch immer bleiben. Herr Kern, was Sie aber von der FPÖ übernehmen, ist eine Art Österreich-zu-erst-Politik, Stichwort Beschäftigungsbonus. Da geht es darum, für die nächsten drei Jahre, wenn Unternehmen, Arbeitskräfte, die bereits in Österreich tätig waren, zusätzlich anstellen, dann muss man nur die Hälfte der Lohnnebenkosten zahlen. Wie treffsicher ist der Beschäftigungsbonus? Ja, für uns ist Folgendes entscheidend. Wir haben gesehen, dass wir eine gute Wirtschaftsentwicklung hatten, dass die Arbeitslosigkeit aber gestiegen ist. Und wenn man das genau analysiert, dann sieht man, dass die Ursache dafür ist, die ganz erhebliche Zuwanderung aus EU-Staaten. Und das ist auch irgendwo verständlich, weil du hast ein Lohnniveau von Bulgarien zu Österreich, das ist rund ein Fünftel, Rumänien und so weiter, die Länder, das geht so weiter, Slowenien hat ungefähr die Hälfte. Und vor dem Hintergrund haben wir erlebt, dass Arbeitnehmer, die am Arbeitsmarkt sind, insbesondere Ältere, ersetzt werden durch billigere Kräfte, die von außen kommen, in dem Fall von EU-Drittstaaten. Und aus meiner Sicht ist das wichtigste Anliegen, das ich verfolge, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Ich halte das für einen politischen Skandal, weil es den Menschen Würde nimmt, Respekt nimmt und ihre Lebensperspektiven nimmt. Und dann haben wir gesagt, wenn das das Problem ist, dann müssen wir eine Lösung versuchen, die EU-konform ist, dazu stehe ich, das ist mir wichtig, die aber gleichzeitig uns hilft, die Menschen, die bei uns heute schon arbeitslos sind, in Beschäftigung zu bringen. Weil da gibt es andere Strategien, die schätzen das, wenn viele Arbeitskräfte auf unserem Arbeitsmarkt kommen, damit Arbeit billig bleibt. Aber das ist nicht unsere Lösung. Wir wollen keinen Wettbewerb um die billigsten Löhne haben, sondern wir wollen für alle, die in unserem Land sind, eine faire Chance. Sie sagen, Frau Lunacek, dass dieser Beschäftigungsbonus ein 2-Milliarden-Wahlkampfgeschenk für Großindustrielle sei. Warum? Lassen Sie mich zum einen sagen, dass mir der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit schon auch ein ganz zentrales Thema ist. Wir haben in der Europäischen Union insgesamt, aber auch in Österreich höhere Arbeitslosigkeit, als wir die letzten Jahrzehnte hatten. Das wird jetzt schon wieder besser. Und das ist jetzt unbestritten. Aber was sagen Sie zum Beschäftigungsbonus? Da war die Kritik daran, dass das vor allem zu Beginn schon darum ging, hier spezifisch nur schon in Österreich lebende Menschen oder auch Österreicherinnen und Österreicher damit zu beschäftigen. Und mein Punkt war dabei immer, wenn ein anderes EU-Land genauso einen Bonus macht, dann dürften zum Beispiel die Österreicher und Österreicherinnen dort auch nicht in den Genuss dieses Bonus kommen. Das halte ich für problematisch. Ich finde es gut, dass es sich hier jetzt auch gezeigt hat, dass hier tatsächlich durchaus viele Menschen, die keine Beschäftigung hatten, in Beschäftigung gebracht werden konnten. Das, was mir aber wirklich fehlt, auch in Ihrer Politik der letzten, seitdem Sie Bundeskanzler sind, aber auch davor, ist tatsächlich das, was in Richtung Energiewende geht und dadurch Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz, wo zigtausende Jobs drinnen sind. Das ist etwas, wo ich finde, da müsste sehr viel mehr investiert werden. Da hilft auch dieser Beschäftigungsbonus nicht. Wenn wir noch beim Beschäftigungsbonus bleiben, Herr Kern, es gibt ja die Kritik, dass man sagt, gerade wegen des Wirtschaftsaufschwungs werden auch viele Jobs jetzt entstehen, die ohnehin entstanden wären. Zum Beispiel Magner, der Autozulieferbetrieb, stellt jetzt 3.000 zusätzlich an, auch ohne Beschäftigungsbonus. Ist das dann nicht ein Geschenk eben an die Großen? Nein, das stimmt. In dem speziellen Fall, da gibt es dieses Gerücht, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe damals mit dem Vorstandsvorsitzenden intensiv persönlich verhandelt und mich persönlich dafür verwendet, weil die haben in Kanada bei ihren Haupteigentümern versprochen, dass das kommt und dass damit in Österreich die Arbeitsplätze ausgebaut werden. Und wenn man sich die Bilanz ansieht, wir haben mittlerweile 20.000 Anträge von Unternehmen. Und das ist mir wichtig, dass das funktioniert, weil ich muss sagen, Arbeitslosigkeit in Österreich, da bin ich verantwortlich, dass die Menschen wieder eine Perspektive in Österreich bekommen. Und da braucht man manchmal solche Instrumente und da gibt es sicherlich Mitnahmeeffekte, das bestreite ich gar nicht, das ist so. Aber wir haben immer gesagt, unser Ziel ist ein... Aber ist jetzt diese Magner-Geschichte ein Mitnahmeeffekt? Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen am Ende nur selbst beurteilen kann. Aber für mich ist es wichtig, Anreize zu schaffen und den Unternehmen zu sagen, ihr seid Bündnispartner für uns, wenn ihr Arbeit schafft. Ich will nicht eine allgemeine Steuersenkung, wie es jetzt von ÖVP und FPÖ vorgeschlagen wird, um sozusagen die Steuererleichterungen für die Unternehmen, bis die gar nichts mehr zahlen, sondern ich will jene Unternehmen belohnen, die Beschäftigung schaffen, die in Österreich forschen oder in Österreich investieren. Und das war die Grundidee hinter der Geschichte. Und zu den Erneuerbaren hoffe ich, können wir dann auch noch in der nächsten Runde. Ich würde gerne anknüpfen bei dem, wo Sie gesagt haben, Sie wollen sozusagen hier, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Arbeitsplätze gesichert werden. Weil Sie gerade Kanada erwähnt haben, da fällt mir CETA ein. Da haben Sie nämlich in unserem letzten Gespräch auch gemeint, der handelspolitische Teil von CETA, der ist eh in Ordnung. Es geht nur um die, um die, den Schutz, also die, 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 die Unternehmens, fällt es mir nicht ein, die Schiedsgerichte, die nicht ein sollen. Das wäre das, was wir in Österreich abstimmen sollten. Der handelspolitische Teil von CETA ist seit letztem Donnerstag in Kraft. Wissen Sie, was das heißt? Hier werden nämlich durch Importe, die jetzt möglich sind, von Rindfleisch, Schweinefleisch aus Kanada, aber auch von gentechnisch verändertem Lachs, werden in Österreich Arbeitsplätze in der österreichischen kleinteiligen Landwirtschaft und auch in den Verarbeitungsbetrieben verloren gehen. Das ist das, was Sie zugestimmt haben im Rat. Und das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich bei vielen anderen Dingen, wo ich mit Ihnen in einer Meinung bin, aber da tatsächlich es wirklich für sehr bedauerlich gehalten habe, dass Sie im Rat CETA zugestimmt haben. Jetzt, wir bringen gerade ein paar Themen durcheinander. Ich wollte gerade auf die Initiative für die erneuerbare Energie, die mir nämlich wirklich wichtig ist und wo wir noch präzisen Plan haben. Aber vielleicht zuerst einmal auf CETA, weil Klimaschutz ist bei uns jetzt etwas später geplant. Gut, ich bin beruhigt, dass wir die Gelegenheit haben, über den Klimaschutz zu sprechen. Das ist mir wichtig. Nein, aber bei CETA, also ich muss sagen, ich glaube, es ist immer wichtig, eine ausgewogene, balancierte Meinung zu haben. Und als Bundeskanzler musst du verschiedene Stimmen hören und verschiedene Perspektiven einnehmen und dann abwägen. Und bei CETA ist es so, dass es die Meinung gibt, die Sie genannt haben. Und dann gibt es die Meinung auf der anderen Seite, die sagt, das wird deutliche Jobzuwächse produzieren. Meine Einschätzung ist, wahrscheinlich wird weder das eine noch das andere zutreffen. Es wird einen kleinen Beitrag leisten, dass sich das eine oder andere Unternehmen besser entwickeln kann. Nur jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt, was die Aufgabe des Bundeskanzlers ist. Weil CETA ist ja nicht nur ein Handelsabkommen, sondern eine Strategie Europas, wo Europa gesagt hat, wir wollen bewusst die Spielregeln auf der Welt die Handelspolitischen bestimmen und nicht warten, bis China oder die USA uns etwas vorgibt. Wir wollen den Prozess aktiv gestalten. So ist dieses Abkommen entstanden. Das ist fertig gewesen, zwei Wochen bevor ich Bundeskanzler geworden bin. Und dann ging es um die Frage, was machen wir damit? Und mein Eindruck ist gewesen, zu sagen, ja, ich kümmere mich darum. Ich hätte mich wegducken können. Ich hätte sagen können, es geht mich gar nichts an, war mein Vorgänger, redet bitte mit dem. Und habe gesagt, nein, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und das ist das, was wir letztendlich auch probiert haben, um dafür zu sorgen, dass das Problem, das wir gesehen haben, die Schiedsgerichte getrennt werden vom handelspolitischen Teil und die Schiedsgerichte in Österreich nicht in Kraft treten. Und ich kann Ihnen versichern, solange ich Bundeskanzler bin, werde ich das nicht im Parlament vorlegen. Und damit wird dieser zweite Teil nicht in Kraft treten. Und der Maßstab für alles das bleiben, österreichische Gesetze, österreichische Gerichte, das ist mir ganz wichtig. Eine kurze Replik, weil Sie also... Mir ist es um den handelspolitischen Teil gegangen, den Sie als positiv gesehen, wo Sie auch im Rat zugestimmt haben. Aber Herr Kern, Sie haben vorher eine Umfrage innerhalb der SPÖ gemacht, wo die große Mehrheit von den Mitgliedern, über 24.000 Warners, die da mitgemacht haben, fast 90 Prozent haben gesagt, nein, Sie wollen die vorläufige Anwendung von CETA auf EU-Ebene nicht. Sie haben zugestimmt dann bei CETA. Und das wird Arbeitsplätze auch in Österreich gefährden. Ich habe das schon beschrieben. Die Rindfleischproduktion, Schweinefleischproduktion in Kanada, die ist großindustriell. Und da werden dann die gefrorenen Teile dieser Tiere werden dann über den Atlantik nach Österreich auch importiert. Das ist möglich seit letzten Donnerstag. Die werden Arbeitsplätze bei uns, die dann gerade in der kleinteiligen Landwirtschaft und den Betrieben, die wir haben, die werden diese Arbeitsplätze hier gefährden. Ich will das nicht. Und deswegen hätte ich mir gewünschen, dass Sie als Bundeskanzler auch ganz klar sagen, wie die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher. CETA, nein. Auch nicht dieser EU-Teil über die handelspolitischen Regeln, die es da gibt. Ich möchte Sie zurückführen zu dieser Österreich-zuerst-Politik. Familienbeihilfe anpassen. Frau Lunacek, hier geht es ja darum, die Indexierung der Familienbeihilfe, praktisches Beispiel, in Rumänien Durchschnittseinkommen 300 Euro pro Monat. Und eine Familienbeihilfe, die von Österreich ausgezahlt werden würde mit zwei Kindern, würde ungefähr eben 300 Euro betragen. Viele Leute finden das ungerecht in Österreich. Warum verstehen Sie das nicht? Ich verstehe, dass manche Leute das für ungerecht empfinden. Das verstehe ich schon. Aber ich denke, der Hauptteil derer, wo es darum geht, dass diese Kinderbeihilfe bezogen wird, das sind jene Frauen, die in der Pflege hier arbeiten. Das sind Frauen aus der Slowakei, aus Polen, auch aus Rumänien, deren Kinder für die zwei, drei Wochen, die sie hier sind, daheimbleiben, betreut werden von anderen Familienangehörigen, nehme ich einmal an. Und diesen Teil der Familienbeihilfe, das gilt als Teil ihres Einkommens. Und wir wissen, dass das Thema der Pflege ein ganz wichtiges ist für die Zukunft. Das heißt, wenn wir nicht klären, wie wir die Pflege finanzieren, dann ist das etwas, wo es nämlich jetzt so passieren wird. Wenn das jetzt so passiert, es ist ja mittlerweile, ist auch in der Koalition, war das kein Thema mehr, wurde nicht beantragt, wird es so sein, dass die Pflegekosten teurer werden. Weil diese Frauen dann sagen, wenn ich das nicht mehr bekomme, muss ich schauen, wie ich meine Kinder irgendwo unterbringen kann. Oder sie machen das, was in den 70er Jahren geschehen ist. Damals wurde das auch schon beschlossen. Da haben dann, das waren vor allem Menschen aus der Türkei und aus damals Jugoslawien, die haben die Kinder dann alle nach Österreich gebracht. Und das hat dann, wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, Mehrkosten bedeutet an den Schulen, in den Gesundheitszentren etc. Also volkswirtschaftlich betrachtet halte ich das einfach nicht für sinnvoll. Abgesehen davon ist das etwas, wo Sie ja auch, glaube ich, mittlerweile wissen, dass das EU-rechtlich nicht standhalten würde. Also ich verstehe diese Ängste, aber man muss das schon gesamt auch berechnen. Und das wird sich nicht ausgehen, dass das dann wirklich so viel ist. Aber Stichwort Pflegenotstand, Herr Kern. Sie haben im März noch gesagt, dass Sie eigentlich dagegen sind, obwohl es im Koalitionsvertrag vom Jänner stand mit der Indexierung der Familienbehilfe, weil ein Pflegenotstand droht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber gesagt haben Sie, in der Austria-Presseagentur ist das zitiert, dass Sie glauben, wenn die Familienbehilfe gekürzt wird, droht ein Pflegenotstand. Jetzt haben Arbeitsmarktexperten in der Slowakei, wo ungefähr knapp 39.000 Frauen eben hier in Gesundheits- und Sozialdienst arbeiten, sagen Arbeitsmarktexperten, wenn das passiert, dann wird die Hälfte der Frauen nicht mehr kommen. Droht jetzt kein Pflegenotstand? Nein, also wir vermischen da wirklich Äpfel mit Birnen bei dieser Diskussion. Also ich muss Folgendes dazu sagen. Ich bin der Auffassung, wenn die Kinder nicht in Österreich leben, dann sollten wir die Familienbeihilfe auszahlen, die in dem Land, wo die Kinder sind, üblich ist. Sprich, sind die Kinder in der Slowakei, dann bin ich der Meinung, die slowakische Kinderbeihilfe in der Beihilfe sollte bezahlt werden. Sie weisen zu Recht auf das Pflegeproblem hin und das ist eins, das man nicht von der Hand wischen kann. Das Problem ist nur ein ganz anderes. Das Problem ist, dass wir in Wahrheit in der 24-Stunden-Pflege die Pflegerinnen nicht mit Kollektivverträgen ausgestattet haben und die in Wahrheit in ausbeuterischen Verhältnissen leben. So, und das können wir aber nicht lösen, indem wir sagen, na gut, wir zahlen denen eine höhere Familienbeihilfe, bei der vermischen wir unterschiedliche Zusammenhänge. Ich bin der Meinung, man muss die Pflegerinnen anständig bezahlen, die müssen auch anständig ausgebildet sein. Das ist wichtig und zwar wissen Sie warum. Nicht nur wegen den Pflegerinnen, sondern weil ich auch das für unsere Alten mir erwarte. Weil wenn jemand pflegebedürftig ist, dann muss er sich darauf verlassen können, dass die Kraft, die ihn versorgt, auch top-professionell ist, ausgebildet ist für den Zweck und das Geschäft kann. Und da bin ich der Meinung, das muss uns deutlich mehr Geld sein und da können wir nicht über den Umweg mit der Familienbeihilfe argumentieren. Aber Herr Gern, da bin ich ja auch bei Ihnen. Ich hätte das auch gerne und ich fände das gerade, weil das ja vor allem Frauen sind, die hier arbeiten, auch ganz zentral. Aber Tatsache ist, dass für diese Frauen derzeit die Familienbeihilfe, die sie bekommen für ihre Kinder, die sie in der Slowakei, in Rumänien, wo immer haben, Teil ihres Einkommens ist, ihres Gehalts, ihres Einkommens. Und wenn das nicht mehr bezahlt wird in der Höhe, dann werden sie wahrscheinlich oder werden die Unternehmen, über die sie kommen, die Kosten in die Höhe heben. Und wer wird das dann wieder finanzieren? Das ist der eine Punkt. Oder sie holen die Kinder her und dann müssen diese Kinder einen Kindergartenplatz haben oder einen Kinderbetreuungsplatz. Sie brauchen einen Platz an den Schulen, sie brauchen Gesundheitsbetreuung, alles das. Darf ich es kurz machen? Ich halte das für ein falsches System verloren. Aber das war in den 70er Jahren so. Das war damals so. Nein, wir können nicht Loch auf Loch zu Politik machen. Wenn wir Veränderungen im Positiven wollen, dann müssen wir die Fragen gesamthaft diskutieren. Und dann müssen wir es ehrlich diskutieren gegenüber den zu Pflegenden und gegenüber den Pflegerinnen, auch gegenüber ihren Kindern. Aber dann sollten wir die Dinge nicht vermischen. Aber dann hätten Sie ja jetzt auch als Bundeskanzler die Möglichkeit gehabt, hier wirklich Nägel mit Köpfen zu machen und klar zu sagen, dass die Pflege und die Pflegerinnen auch mehr bekommen sollen, dass es hier Kollektivverträge geben soll. Ich meine, Sie sind der Bundeskanzler und Sie sind eine Regierung und dann hätte das wohl passieren können, würde ich sagen. Ich darf Sie bitten, nicht unfair zu sein. Sie wissen, wer Kollektivverträge verhandelt. Wissen wir beide gut genug. Das ist nicht der Bundeskanzler, sondern da gibt es Verantwortliche. Und das ist die Erwartungshaltung, die ich habe, dass sich die um das Thema kümmern. Gut, dann ist immer leicht natürlich als Politiker mehr Gehalt zu versprechen. Trotzdem noch die Frage zur Familienbeihilfe. Sie sagen, die EU wird Nein sagen. An und für sich hat Deutschland ja das Gleiche gewollt, diese Indexierung der Familienbeihilfe, hat auch eine Absage bekommen im März. Sie haben einen Brief geschrieben aus Österreich, der Minister Kollege Stöger. Warum glauben Sie, dass es jetzt funktioniert? Nein, das ist auch nicht meine Meinung. Ich bin der Meinung, es ist richtig. Ganz klar, wir haben versucht, hier Allianzen zu schmieden mit Deutschland, mit Dänemark, mit den skandinavischen Ländern. Das ist aber keine Mehrheit innerhalb des Europäischen Rats. Und nur wenn wir eine solche erzielen und die Regeln ändern, ist es auch durchsetzbar. Und das war der Grund, warum wir das Projekt auch nicht mehr weiterverfolgt haben. Ich weiß, dass die ÖVP das jetzt in der Wahlkampagne weiter verspricht. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben das versucht, wir haben das probiert, mit größtem Nachdruck auf Top-Ebene, mit Angela Merkel abwärts. Und die Konsequenz ist, dass wir es zur Kenntnis zu nehmen haben, so wie es ist. Also wir diskutieren da eh ein bisschen um Kaisersbad. Weil Sie schon die Gewerkschaft von selber angesprochen haben, ein nächstes Thema wäre die Arbeitszeit. Frau Lunacek, der ÖGB-Präsident Erich Vogler hat einmal bei einer Kundgebung am 1. Mai gesagt, während die einen keine Arbeit haben oder unfreiwillig in Teilzeit sind, arbeiten die anderen so viel, dass sie krank werden. Die Grünen sind für eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sind da die Grünen näher bei der Gewerkschaft als die SPÖ? Das mag so klingen, aber ich denke, ich möchte vielleicht auch beschreiben, um was es hier geht. Wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen darüber klagen, dass sie einen völlig hektischen Arbeitstag haben, dass sie keine Zeit haben für Familie, für Freizeit, für andere Dinge, auch für Ehrenamt, für Dinge, die sie gerne tun würden, weil der Stress im Betrieb, in der Arbeit so viel ist. Gerade auch die, die zum Beispiel ein Personenunternehmen haben, die kleinen, die wirklich Tag und Nacht arbeiten. Burnout, sie ist wirklich ein Syndrom unserer Zeit, wo Menschen krank werden durch diesen Druck. Und ein Punkt dafür ist in Richtung Arbeitszeitverkürzung. Ich würde, also wir wollen als Ziel ja sehr wohl hier Richtung 35-Stunden-Woche gehen. Man muss ja auch sagen, die letzte Arbeitszeitverkürzung, die ist vor 40 Jahren geschehen, in den 70er Jahren. Seitdem hat sich auch durch Modernisierung, durch auch alle elektronischen Geräte, die wir haben, ist die Effizienz in einer Stunde Arbeit auch viel mehr geworden. Und insofern wäre es jetzt schon an der Zeit, darüber zu diskutieren. Ich würde noch eines dazu beginnen, sollten wir mal da die Überstunden zu reduzieren. Weil da ist auch ein Ausgleich mit mehr Arbeit verteilt auf mehr Personen möglich. Aber in diese Richtung sollte es gehen. Und ich denke, da sind Sie durchaus auch, denken Sie wohl auch in diese Richtung. Das hat Sie früher vereint, Herr Kern, dass die Arbeitszeit reduziert werden soll, bei Ihrer ersten Rede, bei der ersten Parteitagsrede vergangenes Jahr, haben Sie auch gesagt, das muss auf die Agenda kommen. Es ist nicht auf der Agenda. Warum? Ja, wir haben das ganz konkret in verschiedenen Zusammenhängen gemacht, zum Beispiel mit den Altersteilzeitmodellen. Das gibt es ja wohl. Nur das, was die Kollegin Lunacek davor schlägt, ist ja nicht der Weg, den ich kurzfristig für gangbar halte. Da schauen wir uns die österreichische Wirtschaft an. Was wir in den vergangenen 15 Monaten erreicht haben, ist, dass der Aufschwung wieder zurück ist. Unsere Wirtschaft boomt. Wir haben ein Rekordwirtschaftswachstum, so gut waren wir seit zehn Jahren nicht mehr. Wir haben mehr Beschäftigung denn je in Österreich und die Arbeitslosigkeit geht zurück. So im Moment haben wir das Thema, dass die Unternehmen voll ausgelastet sind und sich in vielen Bereichen bereits mit der Frage beschäftigen, wo bekommen uns überhaupt die Leute her? Vor allem technisch gut ausgebildete Facharbeiter, Lehrlinge zum Beispiel. Das ist die Herausforderung Nummer eins. Wenn man dieses System sich ansieht, sieht man, dass es da zwei, drei Verzerrungen gibt, die kurzfristig zu lösen sind. Die Halbtagsarbeit zum Beispiel. Fast die Hälfte unserer Frauen sind nur halbtags beschäftigt. Wenn sie sich diese Arbeitsverhältnisse ansehen, dann ist es so, wenn eine Frau, die halbtags beschäftigt ist, eine Überstunde macht, bekommt sie nur 25 Prozent Aufschlag. Wenn sie Vollzeit beschäftigt wäre, 50 Prozent. Das ist zum Beispiel etwas, was wir zunächst einmal lösen sollten und sagen, okay, die sollen fair bezahlt werden für die Überstunden, die sie machen. Das zweite aus meiner Sicht ist, wir wissen, dass sich die Bedürfnisse bei der Arbeitszeit ändern. Eine Million Menschen in Österreich sagen, sie wollen andere Arbeitszeiten. Manche wollen etwas mehr arbeiten, viele weniger, weil sie den Druck im Unternehmen als sehr unangenehm empfinden und möglicherweise mit ihren sonstigen Plänen nicht vereinbar. Und da geht es um den entscheidenden Punkt, dass wir sagen, wir brauchen Arbeitszeitmodelle, die nicht auf den Rücken der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ausgetragen werden. Weil wenn jetzt die Ideen am Tisch liegen, 12-Stunden-Tag zur Norm zu machen, damit Überstunden-Zuschläge wegfallen, Einkommen sich reduziert und viele gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit zu tätigen, zum Beispiel eine Frau, die aus der Oststeiermark jeden Tag zum Biller nach Wien pendelt, da muss man sagen, da muss man Schranken schaffen. Aber Arbeitszeitverkürzung, nein. Das Modell, das die Frau Lunacek vorschlägt, finde ich, ist ein interessantes. Das werden wir mit Sicherheit diskutieren. Das wird mit Sicherheit auf die Agenda kommen, aber nicht, aber nein, aber alles zu seiner Zeit. Weil jetzt müssen wir doch dafür sorgen, dass der Aufschwung weitergeht und dass dieser Aufschwung bei allen ankommt. Wenn Sie jetzt mit einem Vorschlag kommen, wo Sie sagen, wir kürzen die Arbeitszeit und wir wissen gar nicht mehr, wo wir die Arbeitskräfte herbekommen in vielen Bereichen, dann hat das negative Auswirkungen. Und mit Verlaub, meine Aufgabe ist es, mit Vernunft und Augenmaß Lösungen voranzutreiben und das Langfristziel nicht aus den Augen zu verlieren. Okay, Herr Gern. Also die Vernunft und die Lösungsorientiertheit, die haben wir Grüne sehr wohl auch. Aber weil Sie angesprochen haben, den 12-Stunden-Tag, Sie haben da mitverhandelt. Und das war etwas, wo Sie durchaus, in der SPÖ waren da durchaus viele dafür. Es ging dann halt doch nicht, zum Glück. Aber zu der 35-Stunden-Woche noch, das, was Sie angesprochen haben, die vielen Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind und die gerne, wenn es mehr Kinderbetreuung gäbe, die würden gerne auch Vollzeit arbeiten. Auch das wäre ja eine Möglichkeit hier, auch zum Beispiel Möglichkeiten zu schaffen, dass es mehr Gerechtigkeit gibt in der Verteilung der Arbeit zwischen Männern und Frauen. Nämlich sowohl in der bezahlten Arbeit, wenn die Arbeitszeit, die Vollarbeitszeit reduziert wird und die 35 Stunden möglich sind und gleichzeitig auch die Arbeit zu Hause in den Familien. Weil da haben wir auch noch nicht wirklich einen gerechten Ausgleich, wo die Männer daheim genauso viel machen, wie die Frauen im Haushalt, bei der Kinderbetreuung. Wenn die Arbeitszeit reduziert wird, dann macht es das. Aber Frau Lunderscheck, Sie sind noch die Antwort schuldig geblieben, was jetzt eben auch den Vorwurf betroffen hat, weil das 35-Stunden-Test halt derzeit nicht gehen, weil es die Wirtschaft irgendwie nicht packt. Wird nicht die Arbeitskraft auch teurer, wenn eben die Arbeitszeit sinkt? Also ich denke, da muss man schon schauen, in welcher Form man das macht. Ich finde, und wir sind wohl aus Grüne immer die, da auch eine gewisse Avantgarde, die dann solche Dinge auch anspricht und sagt, dort wollen wir hin. Und in diese Richtung soll es gehen. Ich denke, und ich denke da eher so in diesen Jahrzehnten, die letzte Arbeitszeitverkürzung gab es vor 40 Jahren. Das war eine Zeit, wo es zum Teil sogar Vollbeschäftigung gab, wo die Wirtschaft auch geboomt hat. Wenn sie jetzt wieder boomt, dann ist das doch die Möglichkeit, hier diese Schritte auch zu setzen. Und ich bin gern bereit zu verhandeln, in welchem Zeitraum man das macht. Nicht von heute auf morgen. Aber dieses Ziel soll erreicht werden und da sind wir uns ja einig. Jetzt ist es so, Frau Lunacek und Herr Kern, Sie beide betonen auch immer, Stichwort Digitalisierung, dass wahnsinnig viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Es gibt eine Studie in den nächsten 25 Jahren, dass allein in der Industrie und in industrienahen Dienstleistungen 750.000 Jobs verloren gehen könnten. Jetzt gibt es verschiedene Ideen, was man machen kann. Zum Beispiel, SPÖ und Gewerkschaften bemühen immer die berühmte Supermarktkassiererin. Jetzt gleich die Frage an Sie beide. Glauben Sie, wird es die Supermarktkassiererin in dieser Form noch in fünf Jahren geben, den Job? Ich glaube, uns muss bewusst sein, wir stehen da vor einer wirklichen Revolution und der betrifft nicht nur die Supermärkte, sondern das geht ja wesentlich weiter. Das betrifft Ärzte, Rechtsanwälte, alle Dienstleistungsfunktionen und natürlich auch den gewerblichen Bereich, das ist ganz klar. Und deshalb bin ich der Auffassung, wir müssen alles daran setzen, dass möglichst viele neue Jobs aus diesen Technologien in Österreich entstehen. Einer der Gründe, warum ich durchgesetzt habe, dass gemeinsam mit Reinhold Mitterlehner, dass die Forschungsförderung, die Forschungsprämie auf 14 Prozent erhöht hat, weil wir gesagt haben, wir wollen die innovativen Unternehmen nach Österreich holen, was auch sehr gut funktioniert, Infineon, Boehringer zum Beispiel, jüngste Beispiele, die ihre Forschungszentren nach Österreich verlagert haben, weil sie das schätzen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir aber auch für die, die da nicht mithalten können, Lösungen finden, weil, um dieses berühmte Beispiel zu nehmen, uns beide wird man wahrscheinlich nicht mehr zum Softwareentwickler umschulen, ist jetzt keine geringe Wertschätzung, aber es wird sich mit uns nicht mehr leicht ausgehen, mit vielen anderen auch nicht. Und für die müssen wir Perspektiven schaffen. Und da sind wir dann bei dem Thema Requalifikation im hohen Maße, wo wir verstehen müssen, in Zukunft muss man lebenslang lernen. Und wer zum Beispiel eine Lehrausbildung gemacht hat, muss auch eine zweite bezahlt bekommen. Und unser Ziel muss sein, hier am Ende aber auch die Finanzierung unseres Gemeinwesens sicherzustellen, indem wir die Lasten der Finanzierung von Gesundheit, Pension, Familienleistungen gerecht verteilen, nämlich auf DIEG verteilen höhere Anteile, die höhere Gewinne haben, die die Profiteure sind dieser Digitalisierung. Jetzt, bevor ich Sie antworten lasse, Frau Lunacek, einmal ein kurzer Blick auf die Zeit. Sie sind im Forsch, Sie haben einen Vorsprung, Herr Kern, 11 Minuten 27, Frau Lunacek, 9 Minuten 17. Eine Idee, die im grünen Programm zu finden ist, zum Thema Digitalisierung, ist auch darüber nachzudenken, eine Grundsicherung einzuführen. Jetzt ist uns nicht ganz klar, meinen Sie eine Grundsicherung, ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen? Oder soll es die Mindestsicherung ersetzen, ergänzen? Was ist das? Können Sie uns Ihre Idee erläutern? Ja, das ist ein Konzept, das wir schon relativ lange auch schon ausgearbeitet haben, wo es darum geht, für die Zeiten, wo jemand keiner Beschäftigung nachgeht, nachgehen kann, auch einmal eine Zeit, Zeit nehmen will, dass es dafür dann eine Grundsicherung geht, ähnlich wie eine Mindestsicherung, wir haben es nur anders genannt. Es ist nicht dasselbe wie das bedingungslose Grundeinkommen, weil das wäre ja eines für alle. Und das, ich weiß, da gibt es sehr viele Diskussionen drüber, da gibt es auch bei uns Menschen, die das durchaus für sinnvoll erachten, auch in der SPÖ, insgesamt, in der Gesellschaft, viele, die meinen, dass gerade, weil so viele Arbeitsplätze wegfallen werden, das ja etwas wäre, um hier eine Absicherung zu haben, dass Menschen dann auch in Bereichen tätig sein können, wo sie keines oder nur wenig Einkommen bekommen. Die Grundsicherung ist eine, die für den Zeitraum, genauso für die Mindestsicherung da sein soll, für eine Überbrückungszeit, wo es kein Einkommen gibt, wo jemand keine Beschäftigung findet, keine Beschäftigung hat, wo dann auch eventuell kein Arbeitslosengeld da ist. Es wäre auch für Leute, gerade junge Leute, die auch fertige Ausbildung haben, es gibt immer noch Praktika, die nicht bezahlt werden. Ich finde, die sollten ja bezahlt werden, alle. Aber sozusagen für solche Zeiten sollte diese Grundsicherung gelten. Das ist ein Konzept, das wir hier vorantreiben. Aber lassen Sie mich noch einen anderen Punkt zu dieser Digitalisierung anbringen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass es hier tatsächlich eine wirklich grobe Umänderung geben wird oder schon gibt in unserer Welt. Aber das, also nicht das Einzige, aber etwas, was hier wirklich ganz zentral ist und notwendig ist, ist Bildung, Bildung, Bildung. Und das fängt an bei den kleinsten Kindern. Das heißt, deswegen finde ich auch, dass es wirklich zumindest zwei Jahre, wenn nicht so drei, auch Kindergarten geben sollte für alle. Das aber auch, und das ist uns ja gelungen mit der Bildungsreform jetzt vor dem Sommer, wo es auf die Grünen zurückzuführen ist, dass es diese Modellregionen für gemeinsame Schule für sechs bis 14-Jährige geben soll. Ich halte das ganz zentral, damit Kinder nicht mit neun oder neuneinhalb Jahren entscheiden müssen oder die Eltern für sie, welchen Lebensweg sie wählen. Gerade im Hinblick auf dessen, welche Herausforderungen wir haben werden in der Zukunft. Gerade im Bereich der Bildung ist dieses gemeinsame Lernen ein ganz zentraler Punkt. Und ich bin sehr froh, dass es uns dann gelungen ist, das Konzept, das zuerst von der Koalition vorgelegt wurde, um diese gemeinsame Schule auch zu erweitern. Der Hintergrund ist einfach auch, um den Stress, den Kinder, den Eltern haben, zu klären. Zuerst vom Kindergarten in welche Volksschule, dann von welcher Volksschule in welche weiterbildende Schule. Von der Grundsicherung sind Sie jetzt einmal gekommen. Naja, der Punkt, um hier auch die Abschule zu haben, braucht es die Bildung. Das muss man schon dazu sagen. Vielleicht nur kurze Replik, weil dann würde ich gerne eben zum Thema Klimaschutz kommen. Im Sinne der Schonung der Diskussionszeit, ich stimme voll und ganz zu beim Bildungsteil. Ich möchte hinzufügen, für mich ist auch wichtig, dass wir die Lehrausbildung viel attraktiver machen. Mein Ziel ist es zusätzlich noch für alle Lehrlinge, dass wir so viel Geld ausgeben wie für Gymnasiasten. Und dann sind wir für die, wenn wir das machen, was wir beide da vorgeschlagen haben, glaube ich, immer eine gute Grundlage, um die Herausforderung zu bestehen. Also jetzt habe ich einen Paar noch gemerkt, jetzt bin ich neugierig, ob das auch in diesem Thema, das jetzt kommt, nämlich das Auto, wenn wir jetzt schon eben Richtung Klima unterwegs sind. Heute hat ja der zweite Dieselgipfel stattgefunden, einer war schon. Es geht um den größten Automobilskandal, der vor zwei Jahren aufgeflogen ist, wo man eben die Konsumenten belogen und betrogen hat, was den Schadstoffausstoß betrifft. Und das Ergebnis des ersten Dieselgipfels, Herr Kern, war, dass man sich ein neues Auto kaufen sollte, weil es eine Verschrottungsprämie bis zu 7.000 Euro gibt. Die Briefe flattern gerade in den letzten Wochen in die Wohnungen und in die Häuser. Ist diese Einigung eigentlich ein Verkaufsförderungsprogramm der Autoindustrie? Nein, aus meiner Sicht hat die Autoindustrie hier die Konsequenzen zu tragen. Und man muss ganz klar sagen, da ist etwas den Konsumenten versprochen worden. Das ist auf Punkt und Beistrich einzuhalten. Jetzt gibt es die Idee, mit dem Software-Update das Problem zu lösen, dass die ursprünglichen Emissionswerte eingehalten werden können. Wenn das nicht auf Punkt und Beistrich nachweisbar ist, dann muss es weitergehende Konsequenzen haben. Weil wir wissen, dass durch das Nicht-Einhalten der Emissionsgrenzen jedes Jahr hunderte, wenn nicht tausende Leute in Europa ums Leben kommen durch die Langzeitauswirkungen der Dieselpartikel. Und da gibt es keinen Spielraum zu verhandeln. Aber was mich schon an dem damaligen Dieselgipfel und auch an dem heutigen gestört hat, dass es hier keine wirklichen Ergebnisse gegeben hat, die für die betrogenen Autofahrer und Autofahrerinnen wirklich Nägel mit Köpfen sind. Und nicht nur, das stimme ich Ihnen zu, wie wir Sie gemeint haben, das ist eigentlich ein Förderprogramm für die Autoindustrie. Die Bedingung ist nämlich nicht, dass das ein Auto ist, das nicht mehr Diesel oder Benzin verwendet, sondern ein E-Rotof. Aber von dem hat gesagt, das hat ja nicht der Minister angeboten, sondern die Automobilkonzerne. Sie sind die, die mit Ihnen verhandelt haben. Moment, Moment, Moment. Aber dann kann es ja kein Förderprogramm sein, das wir aufgelegt haben, wenn ein Autoproduzent seinen Kunden was anbietet, mit Verlaub. Aber unser Problem ist dafür zu sorgen, dass die Abgasnormen eingehalten werden und die Leute nicht betrogen worden sind. Und das werden wir tun. Das hat jetzt mit diesen Ankaufsprämien aber rein gar nichts zu tun. Nein, aber ein kehrender Punkt ist ja, dass es weder in Deutschland noch in Österreich bei diesem Gipfel mit den Autokonzernen gelungen ist, diese Konzerne darauf zu vergattern, sage ich jetzt einmal sehr populär, darauf zu vergattern, dass sie wirklich Entschädigungen zahlen für die Autobesitzer und Besitzerinnen, die in den letzten Jahren hier ein Dieselauto gekauft haben, in dem Glauben, dass das umweltfreundlicher ist. Und es war es nicht. Also weder Entschädigungen noch tatsächlich, dass sie auch Hardware ersetzen und nicht nur die Software. Aber Frau Lunatschek, ich bin nicht der VW-Konzern. Nein, aber Sie verhandeln mit Ihnen oder Ihrem Minister. Nein, 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 bitte nicht die Dinge durcheinander bringen. Aber Sie wissen doch Folgendes, dass wir jetzt einbringen, ein Gesetz für Sammelklagen, damit die Konzerne wirksam geklagt werden können. Weil wir haben heute das Problem, dass die Kunden teilweise nicht zu ihrem Recht kommen. Da schaffen wir jetzt die Grundlagen. Also, dass wir da jemand schonen, das können Sie uns bitte nicht nachsagen. Aber Herr Kern, es wäre wohl möglich gewesen, wenn Sie zum Beispiel oder wenn Ihr Herr Minister Leichtfried beim ersten Gipfel da im August schon auch zum Beispiel die Umweltlandesrätinnen und Räte der Bundesländer mit auf den Tisch geholt hätte und die Umweltorganisationen, auch die Autofahrerorganisationen gesagt hätte, Autokonzerne, ihr müsst jetzt Entschädigungen zahlen. Es geht nicht ohne. Das ist nicht passiert. Das heißt, die Autofahrer oder Autofahrerinnen, die diese Autos gekauft haben, die Dieselautos, die zahlen jetzt dafür. Das ist der eine Kritikpunkt, den ich sehr wohl habe an Ihnen, an Ihnen als Regierung. Mit Verlaub, Frau Lunderscheck, ich bin dem Rechtsstaat verpflichtet und ich kann nicht Gesetze schöpfen. Ich kann dafür sorgen, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. Aber mit Verlaub, wir haben schon ein paar Regeln einzuhalten. Was Sie jetzt tun, ist eine sehr populistische Zuspitzung. Sie hat allerdings mit der Problemlage relativ wenig zu tun. Aber ganz viel hat es dann zu tun. Und ich denke, wir sollten uns mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir zu einer sauberen Mobilität der Zukunft. Das ist die wirkliche Herausforderung und das muss unser Ziel sein. Aber Herr Kern, darf ich Sie bitten, dass Sie das mit dem VW-Konzern besprechen? Und ich kann Ihnen sagen, wir werden alle, die geschädigt worden sind, massiv unterstützen, dass Sie zu einem Recht kommen. Aber Herr Kern, es wäre Ihre Aufgabe gewesen, genauso wie in Deutschland, die deutsche Regierung, die das auch nicht geschafft hat, den Konzernen zu sagen, ihr habt betrogen. Ihr müsst einfach Entschädigungen annehmen. Aber das müssen Gerichte feststellen, mit Verlaub. Aber da hänge ich jetzt die Konzerne. Das müssen Gerichte feststellen, ob das so ist. Die Gewaltenteilung gilt schon noch in Österreich, denke ich. Um die geht es ja nicht hier. Es geht darum, dass Sie so viel Druck machen mit den vielen Autobesitzern, die hier betrogen worden sind, den Konzernen zu sagen, ihr müsst es mir anbieten. Darum geht es ja. Gut, wir sind uns da nicht einig. Aber ich hänge jetzt meine Frage an, wenn Sie sagen, die Besitzer zu Hause von diesen Dieselautos, von den Betroffenen interessiert das, weil Sie sagen, Software-Update, das ist zu wenig. Sie wollen diese technische Aufrüstung. Das haben eben auch die Deutschen nicht geschafft zu verhandeln, weil das ein paar Tausend Euro pro Auto kostet. Das ist eine unrealistische Forderung, oder? Also, die Autokonzerne verdienen massiv an den Autos, die sie produzieren. Wenn ich mich nur anschaue, wie viel an Werbung sie in jeder Zeitung, fast jeden Tag sind große seitenweise Werbung für die Autos. Und da geht es darum, dass die wirklich dazu auch gezwungen, bewegt werden, endlich den Weg zu gehen, auszusteigen aus den fossilen Brennstoffen. Das müsste aus diesem Skandal herauskommen. Deswegen ist ja unsere Forderung, klarzumachen, dass es ab 2030 keine Neuzulassungen geben. Also, und hier ist ein ganz klarer Unterschied, der heute wieder beim Gipfel rausgekommen ist, vom Gipfel in die reale Ebene. Die SPÖ, also Ihr Minister Leichtfried und die SPÖ ist dafür, dass es hier einen freiwilligen Ausstieg gibt ab 2030, eben keine neuen Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren. Sie, die Grünen, sind dafür, dass es ein Gesetz gibt. Ja. Ja, das ist in der Tat ein Unterschied. Wir sind uns im Ziel, denke ich, einig. Aber im Weg dorthin unterscheiden wir uns maßgeblich. Und das zeigt vielleicht auch ganz generell, welchen unterschiedlichen Politikansatz wir haben. Weil wenn man sich ein Auto kauft, dann überlegt man sich das gut. Das ist eine Großanschaffung für die Familien. Da reden meistens die ganzen Familienmitglieder mit. Man überlegt, was können wir uns leisten, was brauchen wir. Und dann trifft man eine Entscheidung. Das haben viele in Österreich getan, die sich darauf verlassen haben, dass die Rahmenbedingungen so sind, wie sie heute sind. Wenn wir die jetzt ändern, bedeutet das, dass wir diese Leute benachteiligen würden. Deshalb ist mein Punkt jener. Ich will keine Verbote haben, sondern ich will positive Anreize, damit wir unser Ziel erreichen. Und was sind die drei wichtigsten Dinge dabei? Das Erste ist, wir brauchen ausreichend Elektro-Ladestationen. Weil wenn die nicht vorhanden sind, fahren die Autos nicht weit. Das Zweite, was wir brauchen in dem Zusammenhang, ist aber auch, dass die Autos erschwinglich werden. Weil heute haben wir das Problem, dass ein Elektroauto leider noch ein Luxusgut ist. Und da müssen wir Beiträge leisten bei der Infrastruktur, indem wir das fördern, bei den E-Dankstellen. Nein, aber auch natürlich bei Forschung und Entwicklung, damit die Preise runterkommen von diesen Autos. Und dann gibt es mir noch ein drittes Anliegen auch. Das ist ganz wichtig. Wir haben in diesem Sektor 300.000 Jobs in Österreich. Und wir müssen dieser Industrie helfen, dass sie an der Spitze der Entwicklung steht. Und deshalb müssen wir hier Kooperationen und Bündnisse suchen. Mit der Wirtschaft im Sinne der Arbeitsplätze in Österreich. Und dann werden wir die Ziele erreichen können. Ich bin bei all diesen Punkten ganz bei Ihnen. Nur ohne das Ziel, dass ab 2030 keiner mehr zugelassen wird, wird es nicht gehen. Das ist das Ziel. Aber auch ohne das festgeschriebene Ziel. Weil im Schnitt fährt jemand mit einem Auto ungefähr zwölf Jahre. Das heißt, wer jetzt noch eines kauft, kann ja auch dann noch viel länger auch fahren damit, wenn er es 20 Jahre verwenden will. Der Punkt ist, dass wir alles das jetzt in die Wege leiten müssen. Wir sind die letzte Generation, auch an Politikern und Politikerinnen, die tatsächlich den Kampf gegen den Klimawandel noch gewinnen können. Die nächsten Generationen, die jungen Leute, die hier sitzen, das sind schon die, die dann unter den Folgen leiden werden, wie wir es jetzt ja auch schon zum Teil haben. Was auch alle interessieren wird, um vom Jahr 2030 wieder in das Jahr 2017 zurückzukehren, was ist mit Fahrverboten für Dieselfahrzeuge, Frau Lunacek? Es gibt einige Städte, die das überlegen. Paris ab 2020, Amsterdam ab 2018. Wollen Sie Dieselfahrverbote zum Beispiel für Wien? Also das wird den ersten Mal auch in Wien entschieden. Aber es gibt eine EU-Richtlinie, die auch von der Regierung mitbeschlossen wurde. Welche Meinung haben Sie? Man muss schauen, das wird auch derzeit gerade in Wien geprüft, was wo Sinn macht. Aber noch wichtiger mehr wirklich dieser Ausstieg und das fix zu planen. Aber wenn die Studie Sinn macht? Klar, dann wird man das entscheiden. Aber ich will nur daran erinnern, das hat eine Bundesregierung mitbeschlossen, dass es so etwas geben kann auf europäischer Ebene. Und das macht Sinn. In manchen Städten macht es Sinn. Wenn es Sinn macht, ja. Lieber wäre mir, man würde so, weil es ja in Wien gelungen ist, mit dem 365-Euro-Ticket für die Öffis, ist, ich glaube, mittlerweile sind es 73 Prozent der Wiener Bevölkerung, die nicht mit dem eigenen BKF fahren. Da hat es massive Reduzierung auch des individuellen Verkehrs gegeben. In die Richtung muss es gehen. Und dort wollen wir ja auch Lösungen. Dieselfahrverbote, Herr Kern? Ja, wir müssen das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln weiter ausbauen. Das ist ganz klar, das tun wir. Da investieren wir jetzt so viel wie noch nie zuvor. Das haben wir in dem Budget dieses Jahres festgelegt. Aber ich will keine Fahrverbote für BKWs, für Diesel-BKWs haben. Was ich aber sehr wohl möchte, ist, wenn wir es sich anschauen, eines der großen Probleme in den Städten ist ja die Logistik, die Zulieferung von Waren, LKWs, die meistens wesentlich höheren Abgasausstoß als BKWs haben. Das, finde ich, ist ein interessantes Modell. Und zwar, ich kann ja auch sagen, wie die Strategie ineinander greift. Weil ich bin immer gegen Einzelmaßnahmen. Da haut man am Tisch und sagt, das machen wir so. Am Ende kämpft man nicht gegen den Klimawandel, sondern gegen Windmühlen. Und was wir zum Beispiel konkret getan haben, war, wir haben ein Projekt aufgesetzt mit der MAN-Gruppe, LKW-Produzenten in Steyr. Die produzieren dort, haben erforscht und produzieren und mittlerweile in Serie den ersten batteriegetriebenen LKW. Das ist für uns eine Riesenchance. Und wenn wir das kombinieren, da waren unsere Universitäten dran, die Forschungsförderung dran. Wenn wir das kombinieren mit intelligenten Regeln für die Einfahrt in die Cities, dann haben wir den doppelten Effekt. Wunderbar, Herr Gernner. Für die Umwelt, für die Arbeitsplätze. Das ist mein Ziel. Sie sind schon auch bei mir, wenn wir finden, dass es wichtig ist, jetzt die wichtigen Schritte zu setzen. Weil wie ich schon gesagt habe, die Generation der jungen Menschen, die hier sitzt, die werden unter dem Klimawandel, wenn wir so weitermachen, dann leiden und werden kein gesundes Leben mehr haben können. Es geht um die Gesundheit der nächsten Generationen. Darf ich noch einen Punkt zur Umwelt anbringen, weil ich nämlich heute sehr erfreut war, dass die SPÖ heute einen Teil ihrer Umweltschwerpunkte vorgestellt hat, wo es nämlich zum Beispiel um das Totalverbot von Glyphosat geht, also dieses Pestizid. Nein, ich darf nicht nur dazu sagen, ich finde es wirklich sehr schön, wenn die SPÖ an Tagen ihre Themen selber finden wollen. Darf ich das kurz fertig sein, Frau Eintracht? Nein, Frau Lundschek, bevor Sie zum Glyphosat kommen, möchte ich trotzdem noch beim Auto abschließen. Sie wollen ja auch, dass das steuerliche Dieselprivileg fällt. Da geht es darum, 40 Cent Mineralölsteuer pro Liter. Benzinfahrer zahlen 48 Cent pro Liter. Das wollen Sie, Sie wollen es nicht. Warum? Ja. Auch da geht es um die Gesundheit der nächsten Generationen. Darum geht es, dass der Klimawandel, wie wir den heuer auch in Österreich erlebt haben, die Unwetter, die Dürre, wo zum Teil unsere Lebensmittel wahrscheinlich heuer einige mehr kosten werden, Obst, Gemüse, weil die Pflanzen nicht genügend, also zu wenig Wasser hatten, dann zu viel Sonne. Also Diesel wird dann teurer. Ja, das soll sein, soll und es soll gleich viel kosten wie Benzin. Aber es geht ja darum, hier diesen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu schaffen. Das sind wir dem Klimavertrag von Paris schuldig. Und wir müssen diese Schritte setzen. Aber lassen Sie mich, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, schon die Geschichte mit dem Glyphosat heute sagen. Es hat nämlich, ich finde es schon sehr fein, wenn an dem Tag, wo wir zwei unsere Fernsehkonfrontation haben, die SPÖ ihre Umweltforderungen vorstellt. Und ich würde gerne diskutieren, wir können jede Woche am Dienstag diskutieren, wenn die SPÖ dann weitere Schritte in der Umwelt, die unsere Forderungen erfüllen, dann auch weiterbringt. Das würde mich freuen. Bleiben Sie dabei, Herr Kern, dass der Steuerprivileg auf Diesel nicht abgeschafft werden soll? Oder kann man da, können Sie mit den Grünen, wenn Sie in einer Regierung wären, verhandeln? Nein, ich bin der Meinung, das soll so bleiben. Wir müssen die Grenzwerte stärker kontrollieren, vor allem bei den LKWs. Und wir müssen den Einstieg in saubere Mobilität schaffen. Und wir müssen das so intelligent machen, dass wir unsere Ziele erreichen. Weil es nützt nichts, wenn wir auf den Tisch schauen und am Ende lassen sich die Dinge nicht realisieren. Wir haben ja unterschiedliche Meinungen. Ich hoffe, dass wir hier doch noch zu einer Meinungsänderung beitragen können. Was Sie beide verbindet, ist die Regierung auf der Landesebene in Wien. Frau Lunacek, auf Bundesebene sind Sie meilenweit entfernt eben von einer Zweierkoalition. Ist die Oppositionsrolle in Stein gemeißelt? Nein, also ich kämpfe jetzt drum und wir Grüne, dass wir am 15. Oktober einen Zuwachs haben an Stimmen. Und ich hoffe, dass heute diese Diskussion auch dazu beitragen konnte. Ich nehme mir die deutschen Grünen als Vorbild, die ja auch jetzt in den letzten Wochen zugelegt haben. Und für mich ist einfach ganz klar, dass wir Grüne gerne in Regierungsverhandlungen gehen, wenn es die Mehrheiten gibt dafür, wenn nicht in der Opposition eine klare, scharfe Oppositionsrolle haben. Und was für uns auch ganz klar ist, im Gegensatz zu SPÖ und auch der ÖVP, wir gehen in keine Koalition mit der FPÖ, weil die einfach in unserer proeuropäischen Haltung, in der Haltung, wo es darum geht, soziale Gerechtigkeit voranzubringen, Umweltfragen voranzubringen, da ist die FPÖ kein Partner. Und ich muss da einfach sagen, dass die SPÖ, Sie haben gesagt, Sie gehen, Sie machen auch mögliche Koalitionen mit der FPÖ. Ich möchte da vielleicht die rot-grünen Wähler ansprechen, die schwanken zwischen Ihnen und uns. Taktisches Wählen finde ich, im taktischen Fall die SPÖ zu wählen, halte ich für falsch, weil man kann aufwachen, wenn man SPÖ wählt, mit einer rot-blauen Koalition, mit Herrn Doskozi oder auch mit Ihnen. hat in Deutschland ein desaströses Ergebnis eingefahren. Der Herr Schulz hat sofort gesagt, Sie gehen in Opposition. Sie sagen ja auch, wenn Sie nicht Erster werden, gehen Sie in Opposition. Will das Ihre Partei auch? Ja, ganz sicher geht es jetzt darum, dass wir diese Wahlauseinandersetzung schlagen und gewinnen. Und das ist das Einzige, womit wir uns bis zum 15. Oktober beschäftigen werden, aus welchen Motiven jemand an SPÖ wählt. Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle recht. Also ich schätze jede Stimme. Aber die, die mit dem Blauen wollen, die das nicht wollen, wie der Herr Doskozi. Das sagen Sie doch jetzt aus taktischen Gründen. Das wissen wir doch. Aber was ist passiert? Ich bin der Meinung, man muss die FPÖ und die Rechtspopulisten stellen. Und zwar nicht, indem man sagt, wir wollen euch generell nicht. Ich habe viel mit den deutschen Freunden aus der SPD diskutiert. Die haben gesagt, wie sollen wir damit umgehen? Die finden das schrecklich. Die haben nicht einmal mit der AfD versucht, auf einer offenen Feldschlacht zu diskutieren, die Punkt für Punkt zu stellen. Das Ergebnis ist, dass die mit 13 Prozent jetzt in den Deutschen Bundestag gekommen sind. Und das ist das, was ich nicht mehr will. Bei die FPÖ entzieht sich permanent jeder Diskussion. Die stellen sich hin und sagen, sie sind die Rächer der Enterbten, die Rächer des kleinen Manns. Und dann geht es darum, das Mietrecht zu beschließen. Und es stellt sich heraus, nein, die sind nicht auf der Seite der Mieter, sondern die sind auf der Seite der Immobilienspekulanten. Aber mit Ihnen wollen Sie eine Qualität auslesen? Frau Lunacek, seien Sie nicht unfair, bitte. Er hat jetzt das Schlusswort ausgeschlossen. Entscheidende Frage, welche Art von Veränderung. Wir wollen eine der sozialen Sicherheit für alle Österreicher und Österreicherinnen. Und das ist das, was wir tun. Vielen Dank, Sie müssen leider mit der Länge vorliegen. Vielen Dank, vielen Dank, Frau Lunacek. Sie werden auch nicht los von euch. Die Analyse und den Faktencheck zur Konfrontation sehen Sie in der ZIB 22 Uhr live mit Peter Filzmeier bei Armin Wolf. Und hier auf OF2 folgt nun anschließend ein Universum über Nepals Regenwälder. Morgen sehen Sie um 20.15 Uhr Heinz-Christian Strache von der FPÖ gegen Irmgard Gries von den NEOS mit Tarek Leitner. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Guten Abend, auf Wiedersehen. Danke fürs Diskutieren. Danke. Vielen Dank.